Hallo, ich bin Julia und ich lade dich zu einer Übung für deinen Alltag, für deine Sing- und Sprechstimme ein. In diesem Video geht es um deine Füße. Die Füße sind unsere Basis im Alltag und wenn wir gut auf unseren Füßen stehen, können wir uns gut in dem Körper über ihn ausloten. Um die Wahrnehmung für deine Füße zu schulen, kannst du dir einen Ball nehmen. Den legst du dir unter den Fuß, gibst ein wenig Druck drauf und fängst an, genüsslich auszurollen. Du kannst darauf achten, dass dein restlicher Körper entspannt aufgerichtet ist. Falls es ein bisschen weh tut durch den Druck, dann bleibst du bei einem Wohlschmerz. Du achtest darauf, dass du jede Stelle deines Fußes rollst und nicht zu oft auf der gleichen Stelle bist. Dadurch, dass unsere Körperstrukturen insgesamt vernetzt sind, hast du mit dieser Übung auch einen guten Einfluss auf deine ganze Rückseite des Körpers. Du guckst noch mal, dass du mit dem Ball an jeder Stelle deines Fußes warst. Dann kannst du den Ball zur Seite legen und einmal nachspüren. Gerollter und nicht gerollter Fuß. Wichtig ist es, dass du es für die andere Seite auch machst. Dafür kannst du alternativ auch eine Faszienrolle nehmen. Die ist ein bisschen härter. Du gibst auch wieder Druck drauf und falls es schmerzt, bleibst du in einem Wohlschmerzbereich. Dein restlicher Körper ist entspannt aufgerichtet. Du rollst die Innenseite vom Fuß, die mittlere Seite auch bis zur Ferse und auch die Außenkante. Wenn du da an jeder Stelle des Fußes warst, dann kommst du wieder zum Ende und stellst dich zum Abschluss noch mal auf beide Füße. Spürst, ob sich was an der Wahrnehmung verändert hat, richtest dich entspannt auf und diese Übung kannst du gerne immer in deinen Alltag einbauen. Schön, dass du dabei warst. Schau auch gerne in unsere anderen Videos rein. Tschüss. Schau auch gerne in deinem Ohr. Tschüss. Musik Musik Vielen Dank.